Hallo und herzlich Willkommen zurück in Assassin's Creed Unity. Neben mir der Lucas als Ullath Entertainment. Und neben mir der Leo als Ullath Entertainment. Hallo. Hallo und herzlich Willkommen bei Mort au Tyron. Aux. Die ein Aux-Kabel brauchen. Mach schon. Die Flucht, Sequenz 9, Erinnerung 3. Spiel. Flucht. Die ist schön. Willst du? Oh gerne, bin ich da. Willst du schon? Gerne. Klar. Du nimmst dann eh wieder. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! Sehr cool. Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können. Fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Kapp die Seile! Ich decke dich! Oh je! Kapp die Seile! Ne, 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 ne! Das kann doch schief gehen! Kapp die Seile! Kappen! Oh! Okay! Kann schon! Ich hab nicht eh unendlich viel Zeit! Ähhhhh, du hast noch ein bisschen Zeit! Hu! Ohhhh! Ähh! Oh! 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 Tu es! Ne! Heile dich! Achtung! Lukas! Ja! 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 Der bewegt sich nicht! Was ist wohl hier? Guck mal, der malt den Zeppelin! Nyaaau! Äh, den Heilsriffballon! Entschuldigung! Zeppelin! Ah! Ein Stern stirbt! Ja, danke für den Tipp! Äh, mach schon! Ganz ruhig, Lukas! In der... Ruhe steckt! Die Kraft! Liegt! Arno! Ich komm zu dir! Warte da! Ich fiel sicher nicht weg! Aufzug! Danke! Bitte! Mit dem... ...Mongolier... Das ist wirklich schön hier oben! Mit dem Mongolfier! Danke! Schritt halten! Au, was du nicht sagst! Der Wind rutscht! Verarschen! Beeil dich! Ja, danke! Rikard, bisschen Stress! Ach, Schmamm! Nicht den Bodenbehörden! Das ist eine Extraaufgabe! Machst du dir schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, nach unten geht es meist von allein! Was ist das so denn? Was ist das denn? Wir werden beide weiter ausgehen! Wir werden beide weiter ausgehen! Ich hoffe, du hast ein Plan! Zählt, zusehen und lachen, wenn du in den Plus abstürzt auch? Lass sie! Hand schon! Ja, danke für den Tipp! Dankeschön. Lukas, keine Hacker. Keine Hacker. Ich schaff das hier! Lauf du weiter! Einfach weiterlaufen, du musst keinen töten. Auf geht's! Ja! 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 Oh verdammt! Oh verdammt! Oh verdammt! Brrrr! Brrrr! Sie killt die alle schon. Lassi! Lassi! Ich wollte sie gar nicht töten! Aber lass sie! Lukas! Komm schon! Komm schon! Ganz ruhig, Lukas. Man kann nur sagen, ganz ruhig. Nö, die Revolution! Nö, nix da! Da! Seil! Ja, danke! Bitte! Der ist ziemlich flott unterwegs, dafür dass er auf so'n... Dafür dass es so'n Seilakt ist. Ja! Ignorier sie! Ja, 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 ja! Okay, wie komm ich hier drüber? Da, Seil, 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 Seil! Wo, 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 wo? Links! Ah, hier, dankeschön. Bitte schön. Immer ruhig. Das ist er! Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! Glück habt! Halt dich gut fest! Komm da runter! Das Seil kappen! Kapp ins Kapp her! Kapp ins Kapp her! Ohoho! Oh yeah! Wuh! Ah no! Meegame! Komm schon, bitte! Geht es dir gut? Den, den man es nimmt? Oh, das konnte ich gar nicht steuern, hm? Ja! Meintest du doch, oder? Stimmt, das konntest du gar nicht steuern. Ne, du konntest nicht steuern. Was hab ich gesehen? Hab ich noch gesehen? Ne, 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 alles gut. Was hast du bloß ausgefressen? Ist ne lange Geschichte! Wir haben ja nachher während der Ballonfahrt genug Zeit, das zu besprechen. Wenn es ne Ballonfahrt gibt, Lukas, es kommt ein Gewitter auf. Es zieht ein Gewitter auf. Ah, verdammt. L2, R2. Nein! Ah doch! Pardon, Monsieur! Komm schon! Oder einfach R2 Kreis, wenn du dadurch willst. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer, dadurch zu rennen, aber... Komm schon! Ja, ganz ruhig, Lukas. Wuh! Wer schießt denn da? Alle! 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 Alle schießen da. Komm schon! Komm schon! Trödel doch nicht so rum! Haha! Witzig! Hihihihi! Seil! Hier! Ist doch total witzig. Das ist einer, der noch nichts getroffen hat. Ich kann nicht bremsen! Ach, warte! Das ist der Gedanke bei nem Heißluftballon. Ah, verdammt, ist das mein Fehler. Äh... Du hättest es vielleicht sogar drauf schaffen können. Nein, hättest nicht. Schleller! Komm schon! 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 Oh yeah! Er hat's geschafft! Überraschung! Weißt du was? Komm schon! Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg! Warum hast du da eine Maske auf? Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Sonst hat sich wieder in den Boden... Kann... Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir! Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elis, ich... Du hast geschundelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Die Flucht! Ah! Clipping-Fehler sind doch geil! Das ist so schön! Hu! 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 Es war so gut. squ passion Jaa! Das war's, sie können zu neuen! Küss meinen Mantel! Lelelel voll! Guck dir meinen Kragen an, er steht fest wie die Französische Revolution! Na, genau. Oder so. Oder so! Genau! Oder so! Oder so! Eller so! Ich musste los. Du sahst so friedlich aus. Ich wollte dich nicht aufwecken. Jethem, eh. 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 Genau. Eh. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Genau. Eh. Eh. Sanjac. Was ist das eigentlich? Sanjac. Sanjac. Il sanlui. Rahman. Hi. Bär. Witz. Witz. Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signal rauschen wie von einem Wasserfall. Das sieht nicht gut aus. Wie wäre es mit noch einem Tagboost bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Yay. Verbesserte Phantomklinge. Verbesserte Phantomklinge. Das dickste Fell. Giftgas. Schlossknackermeister. Gnadenstoß am Boden. Eisenfell. Haben wir bekommen. Und schließen. Ja. Äh. Wir haben neun Punkte. Äh. 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 Nicht so oder? Doch. Es ist schon ziemlich gut. Wir haben eh zu wenig Zeit. Wir müssen die ganze Zeit blocken. Aber sobald der auf dem Boden liegt ist er. Das lohnt sich aber nur noch für den letzten oder bei den letzten beiden. Nein. Und die können wir auch einfach so erledigen. Ja dann mach Kreis. Mensch. Hol dir mehr Gesundheit. Das dickste Fell. Genau. Euter. Ich hab das dickste Fell. Alter. Jammern. Hol dir. Und danach brauchen wir noch 12 Punkte für Eisenhaut. Eisenfell. Eisenfell. Sag ich doch. Was ist? Noch mehr. Wesentlich mehr Schaden auszuhalten. Boah. Schau dir mal oben an wie wenig Gesundheit es da nur noch abzieht. Gruppenheilung. Ah ne. Ah nö. Nya 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 nya. Ach das hätten wir holen können auch mit neuen. Ja. Hab ich grad nicht dran gedacht. Ja ja. Ja wirklich nicht. So. Du bist nah am Ziel also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Hi. Yay. Truhe. Ja aber ne kleine und die ist unten. Okay. Sie ist unten. Naa ich geh da jetzt nicht runter. Okay. Da war ne andere Assassiner unterwegs. Irgendwie schon ja. Ja ja wohl. Geh mal jetzt bitte ins Café Theatre. 15.500. Yay. Nya ah. Livre. Ganz ruhig Lukas. Ähm. Yay. First Person Assassin's Creed Unity. Du bist eine Etage zu tief. Du kannst noch eine höher. Wut 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 wut. Doppel X. Doppel X. Nach oben drücken. Doppel X. Ja ich wo mal der ist. Hast du es gehört? Ich habe das gedrückt. Wie habe ich das gedrückt, was du wolltest. Aber nicht in der Rhythmus, in dem es gebraucht wurde. Du bist viel sanfter. So, wo ist die scheiß Ruhe? Immer noch über dir. Aber jetzt ist es nur Stufe 1. Ach, sie ist komplett oben auf dem Dach. Yay, wer macht denn sowas? So, mal sehen, schaffst du's? Ich bin so nervös, so nervös, so nervös. Ich wollte es nicht zu sehr ausreizen, weil wenn es dann nicht hingehauen hätte, wäre es mega peinlich gewesen. Für dich? In der Tat. Kreis. Du wusstest, dass der Tag kommt und du schuldest mir waschen. Immer wieder Kreis. Gedrückt halten. Wenn du schnell nach unten willst, gedrückt halten, Kreis. Ja, okay, jetzt ist spät. Keine Lust mehr, so. Okay, schau mal, wo die Mission ist. Und davor drückst du jetzt, äh... Also das, Café Theatre, genau drücken. Da wäre unsere Mission. Ja, aber wir gehen zuerst zum Café Theatre. Genau. Ganz genau. Muuu. Muuu. Okay, wir haben einen neuen Tonspezialisten. Das war ein, ein, eine, eine Pfine. Was? Eine Pfine. Okay. Das Tier, was ich gerade nachgemacht habe, das war eine Pfine. Oder ein Bärt. Aha. Biene und Pferd. Ich find's lustig. Jaa. Kohle. Oh ja. Oh ja. Ganz viel Kohle. Schönen Tag. So. Wohin wird man jetzt? Zur Mission. Oh ja, stimmt. Oh, da war was. Da war was. schnauert haben auch die Kugel da war was Kugel die Verkürzung er ist der Nächste die Sitzböck die Sitzböck Nürnberg 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 Tonspezialisten! Yay! Der Zug fährt ab! So. Hinab, hinab. Halt! Pow! Ach. Lauf, Arno! Ganz ruhig. Hallo, ihr Roten. Hallo, ihr Roten. Auf geht's, ihr Roten. Auf geht's, ihr Roten. Mal sehen, was wir darin finden werden. Werden wir Intrigen finden? Werden wir Machenschaften finden? Oder vielleicht doch nur eine leere Kiste? Eine Kiste ist da drin nicht. Oh, es sind Machenschaften. Wat für Machenschaften? Es werden Kleider gemacht. Und zwar machen hier grad Kleider Leute. Ah, der war Wahnsinn. Ah, der war so gut. Jau, das hat's gebracht, oder? Mega, ich glaub, hier war mal ein Wappen drin oder so. Selbst wenn hier ein Wappen drin gewesen wär, die Fenster sind alle offen. Oh, Getächtelmechel. Hier waren wir schon mal. Echt? Oder sie haben einfach das nochmal hier reingefügt. Das ist schon eher. Das ist schon eher. Ne, wir waren hier schon mal. Oder das. Ah, ja. Ja, wir waren hier schon mal. So, willst du jetzt zur Mission? Ja, irgendwann war grad auf dem Weg. Ich dräng ja ungern, aber ich dränge gern. Nice. Logic, FTW. Ah, verdammt. Ah, hier. Logic for the win. Ähm. Bitte klettern hier hoch. Mhm. Maxus klettern, hab ich das Gefühl. Ja. Naja. Jein. Also an sich ja, in dem Spiel hier manchmal ein bisschen. Hö. Okay, passt. Passt. Passt dann. Bisschen ruckig. Und... Man muss sich nur dran gewöhnen, dann geht das so von der Hand wie Butter. Äh. Aha. Ja. Wie sagst du Butter an den Händen? Hahaha. Wie sagst du was? Hahaha. Ey, vermisch hier nicht mehr ihre Sachen. Aha. Oh man, wie komm ich hier runter? Kreis gedrückt halten. Ach stimmt ja. Es ist Assassin's Creed Unity. Ich ver... Gas. Wen? Warum kann ich nicht die Kappe halten? Eine Einladung zum Abendessen. Wir kriegen danach den legendären Phantom-Kniehosen. Den legendären. Den. Ja. Ja, ich hab mit den angefangen. Den legendären Phantom-Kniehosen, weißt du. Machst du dich wieder witzig über mich, Alter. Ich mach mich witzig über dich. Louvre. Uh. Ne Plural. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstil? Sieben Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unsorg. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis Michel de Pelletier. Was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur zwei Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. Desartes. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Burn! Burn! Apply cold water to burn surface. Burn! 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 Ich habe nicht gehört, über die BIRD... Die BIRD ist das Werd... Das ist das Werd...